Musik Guten Abend. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Das ist sehr nett, dass Sie uns hier so hübsch willkommen heißen im Studio 6 des Südwestfunks. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Fernsehreihe, und zwar in einer neuen Fernsehreihe des Ersten Deutschen Fernsehens. Wir wollen uns jetzt montags immer treffen, nicht jeden Montag, Sie sollen verschont bleiben, aber alle vier Wochen, achtmal im Jahr. Wir machen eine Sommerpause und unsere Sendung heißt die Montagsmaler. Und wir malen ein bisschen. 45 Minuten haben Sie Zeit. Sie können mitmalen zu Hause, wenn Sie Lust haben. Holen Sie schon mal Bleistift und Papier. Der eine oder andere findet dabei ein ganz gutes Gesellschaftsspiel. Erste Runde, raten und dann möglichst schnell, nicht? Im Bundesliga-Tempo. Achtung, es wird sehr lustig. Spiel ab. Die Zeit läuft. Mann, Strich, Mann, Frau, Bauchnabel. Bauchnabel, richtig. Donnerwetter geht das schnell hier. Schalke legt vor. Kopf, Mann, Kopf, Brötchen, Semmel. Kopf, Kopf, Schmerzen, Kopf, Verband, Pflaster, Toupé, Friseur, Kopfballspieler. Ja, Kopfball, komm, das gelügt. Richtig. Da ist ein Kopfball gemacht. Jetzt bin ich gespannt. Tich, Stuhl, Stuhl, Bett, Schlage, Massagenbank, Nachttopf. Nachttopf, richtig. Der Arwin hat den Nachttopf neben dem Arsch. Ohr, 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 Brille. Nein, das ist ganz falsch. Fernglas. Boxhandschuhe. Ganz falsch. Ring. Ring, Finger. Fingerringe, Fingernagel. Ja, nein, aber Sie sehen, was könnte das denn sonst noch sein? Das ist eine Hand. Ja, eine Hand, ja. Hand ist schon sehr wichtig. Handkurs. Nein. Pflaster. Nein. Verletzung. Nein. Denken Sie doch mal an den Spielerwechsel. Auch. Was kriegt man da? Die rote Karte, nein. Nein. Das ist eine Verletzung. Nehmen wir mal an, Sie gehen zum anderen Verein. Ach, Handgeld. Handgeld, richtig. Kopf. Kopf ist gut. Brille. Flüstern. Tiefe. Mund. Mund ist schon gut. Mund. Na? Kuss. Richtig. Kuss. Bauch. Bauch. Füße. Füße. Ja. Donald Duck. Schneemann. Aber der sieht auch so aus. Schneemann. Manche Menschen. Was sehen Sie denn da? Beine. Beine, ja. Und welche? Fußballbeine. Ja, Fußballbeine sind meist so. O-Beine. 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 Schnell. Schneller. Ihr schafft nur eins. Schnell, schnell. Fernsehen. Tor. Ja, und Fußball. 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 Schiedsrichter. Das lassen wir gelten. Dankeschön. Also ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, fiel das Wort Schiedsrichter mit dem Gong. Er hat Schie gesagt, dann kam der Gong und Richter zweite Silbe gilt. Vielen Dank.